In diesem Video reden wir über Videobeleuchtung, die habe ich aktuell schon an und was benutze ich dafür? Ich benutze LED-Paneele von RALENO und ich habe die die ganze Zeit schon benutzt, hier ist die kleine Schwester von dem Teil und möchte jetzt in diesem Video klären, ob sich das Upgrade für 140 Euro von diesem Zweierset hier lohnt. Aber fangen wir mal von vorne an, ich nehme das Teil hier mal weg und ich nehme das Teil mal hier ins Bild, das ich die ganze Zeit benutzt habe. Das ist ein LED-Paneele, ich filme natürlich jetzt nicht, oder ich mache es jetzt nicht in die Kamera an, ich mache jetzt einfach hinten mal an, schalte ich einfach ein, dann kann ich da hinten mal ein bisschen die Wand beleuchten und damit man das auch schöner sieht, mache ich meine restliche Beleuchtung ein bisschen gedimmt hier an. Jetzt kann ich mit dem die Wand beleuchten oder kann mal irgendwie ein Kabel hier beleuchten, dass man den Unterschied sieht, also so sieht es dann ohne Beleuchtung aus, so sieht es mit Beleuchtung aus. Diese RALENO LED-Teile haben immer eine Möglichkeit, oder die, die ich kenne zumindest, die Farbtemperatur und die Helligkeit einzustellen. So kann ich jetzt hier zum Beispiel mal ein bisschen so einen wärmeren Ton anschlagen. Hier, das wäre so der ganz warme Ton, so ein bisschen gelblich dann wird das Licht. Das konkurriert natürlich jetzt gerade mit dem bestehenden Licht, ich mache es mal ganz aus. So, jetzt ist es ganz aus, ich habe jetzt nur die Raumbeleuchtung noch an und ansonsten hier dieses RALENO-Teil und man sieht schon ganz schön, wie sich dann einfach die Lichtfarbe ändert und auch die Details mehr rauskommen. Schwarze Sachen zu filmen ist auch immer ein bisschen eine kleine Herausforderung, weil man da halt viele Details nicht erkennen kann und das Licht geschluckt wird. So, das war jetzt hier so ein 50-Euro-Teil oder 30-Euro-Teil, ich bin mir gar nicht sicher. Hier, gerade so ein LED-Panel, kann ich dann mit so einem 1,25 Zoll Gewinde, hier unten, jetzt mache ich das andere wieder an, kann ich dann mit so einem 1,25 Zoll Gewinde natürlich auch auf die Kamera schrauben, mit so einem Hotschuhradapter, bleibt es dann oben drauf oder alle anderen möglichen Befestigungsmöglichkeiten, wie so ein Tripod zum Beispiel, da kann das drauf und kann das Objekt der Begierde dann beleuchten. Jetzt war mir das Ganze aber irgendwie zu dunkel die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Upgrade. Ich bin bei Raleno geblieben, das Ding hat mir gefallen, sprach jetzt nichts dagegen und Raleno ist einfach unschlagbar günstig. Ich habe jetzt mir hier diese zwei größeren Paneele geholt. Ich blende euch mal ein, wie jetzt mein Setup hier gerade aussieht. Was bekomme ich denn für die 140 Euro? Das sind, glaube ich, gerade ein bisschen weniger, aber so Pi mal Daumen. Ich bekomme diese zwei Leuchten, das sind auch diese LED-Paneele. Da ist ein Stromanschluss dran. Das ist ein großer Vorteil zu dem kleinen hier. Der kann nämlich laufen, also er kann laden oder kann Strom ziehen, während er läuft. Wenn ich den kleinen hier mit Micro-USB verbinde, geht das Licht aus und er lädt einfach nur. Und wenn ich es benutzen will, kann ich quasi nur Akku benutzen. Bei dem großen Teil hier geht beides, also kann ich Strom reinstecken und Licht anmachen. Dazu bekomme ich dann noch einen Ständer dazu mit einer 1,25 Zoll Schraube, ähnlich wie bei dem anderen, nur dass ich pro Leuchte jetzt einen Ständer habe, also in meinem Set, was ich gekauft habe, waren es dann zwei Stück, zwei Ständer oder zwei Stative. Nicht, dass ihr bei Ständer wieder sonst was denkt. Dann hat man hier die Möglichkeit, das einzuschalten. Und hier kann man dann, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, so ein bisschen die Lichtfarbe einstellen. Das Coole ist, es wird angezeigt. Und das ist bei zwei Sachen natürlich ein totaler Vorteil, denn mit dem Auge sieht man so kleine Sprünge gar nicht. Aber wenn ich es halt hier auf dem Display sehe, kann ich die beiden synchronisieren, kann die gleiche Lichtfarbe einstellen. Hier kann ich die Helligkeit einstellen, also geht auch runter bis 0. Hier sieht man auch die verschiedenen Farbtöne nochmal, die man so machen kann. Die Kamera gleicht vielleicht immer so ein bisschen aus, dass man es nicht so arg sieht. Ja, es gibt dann auch hellere Töne, also dieses kalte Licht ist natürlich immer ein bisschen heller, als jetzt hier dieses gelblich wärmere Licht. Ja, ich stelle jetzt mal beide auf 3200 Kelvin ein, dass man mal einen unverfälschten Eindruck davon bekommt. Die andere Leuchte habe ich gerade im Hintergrund stehen. Na, also das ist so 3200 Kelvin. So, für was brauche ich denn Beleuchtung? Naja, ich zeige euch das an meiner Kamera mal, weil die ist echt schrecklich, wenn es dunkler wird im Bild. So, jetzt wird es gleich dunkel. Ich sehe im Display noch gar nicht so ein schlimmes Farbrauschen. Also ich bekomme immer ein Rauschen im Bild. So, jetzt machen wir es mal ganz hardcore. Also ich sehe es im Display jetzt nicht genau, aber normal sieht man das auf der Aufnahme. Ich mache mal das Licht ganz aus. Das ist natürlich ganz schrecklich. Und jetzt komme ich mal mit meiner kleinen Lampe an. Und mache mal so ein bisschen Licht. Also das ist schon, also ich meine, gar kein Licht oder Raumlicht im Vergleich zu dem, was ich halt einfach so vor das Objekt stellen kann, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Also auch so ein kleines Ding kann schon echt was ausmachen. Finde ich schon cool. Aber hat mir dann jetzt am Ende doch nicht mehr gereicht. Gerade, weil meine Kamera auf schlechtes Licht einfach schlecht reagiert. Und ich auch nur eine Kompaktkamera habe. Wir machen jetzt aber wieder mal die volle Beleuchtung. Und wir gehen mal ein paar Sachen anschauen, warum es doch Sinn macht, einfach wirklich besseres und helleres Licht zu haben. So, das Kleine kommt mal wieder weg. Rechts im Bild, also ich stelle es mal so ein bisschen rein, dass ihr es sehen könnt. Das ist jetzt einmal das eine Ralleno-Teil und das andere steht hinter der Kamera. Das schalte ich jetzt auch nochmal ein. Sieht dann ungefähr so aus. Hier ist ein bisschen arg hell. Was auch cool ist, also die haben nicht so ein kleisendes Licht, das jetzt auf einen Punkt kommt durch diese große Fläche. Das ist jetzt keine Softbox, aber so ein bisschen den Charakter davon hat es halt. Also das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es jetzt nicht so ganz schlimmes Licht ist. Was ist das Ding jetzt, wenn ich filme und habe schlechtes Licht? Also zum einen Farbrauschen haben wir ja schon gesehen. Aber die Details, finde ich, sind, deshalb habe ich hier auch diesen rote AI1 genommen. Die Details gehen immer unter ohne Licht. Zum Beispiel hier oben, achtet mal da drauf. Ich gucke mal, dass der Fokus funktioniert. Los geht's, Fokus. Hier oben steht Neutrik. Also da ist ein Schriftzug. Und je nach Lichtverhältnissen, ich stimme das Ganze mal so ein bisschen, sieht man den gar nicht mehr. Schaut mal, wie klar der jetzt hier rauskommt. So, volle Beleuchtung und die Details gehen einfach, also wenn ich so ein bisschen dunkler mache und das Licht kommt jetzt hier nur von hinten, aber nicht so richtig drauf, dann gehen total die Details verloren, unabhängig von dem Rauschen und dem schlechten Bild, das ich dann habe. Und schaut mal, wie schön das wird, wenn ich das hochdrehe. Und ich bin echt begeistert. Also diese Raleno-Teile finde ich echt cool. Zwei Stück sollten schon sein, finde ich. Aber man hat jetzt also die Option, einmal so eine generelle Beleuchtung für generelle Helligkeit am Set zu sorgen. Und das zweite ist dann, das zweite Licht kann dann nochmal, upsala, genau auf das Objekt ausgerichtet werden. Und man kann natürlich dann auch mit den Farben noch ein bisschen spielen. Also jetzt steht es zum Beispiel direkt davor. Ich glaube, das kann man gut sehen. Ich habe es jetzt direkt hier, ich sehe es jetzt hier unter der Kamera. Und das ist natürlich total gut ausgeleuchtet. Im Vergleich zu jetzt nur einem Licht oder, ja, ist es einfach deutlich schöner, zwei Teile zu haben und die unabhängig voneinander positionieren zu können. Ja, mehr können die Dinge nicht. Die haben jetzt keine App oder so im Angebot. Und es gibt halt nur diese Einstellungen, die man hier hinten hat. Ich schaue das mal aus. Und das andere machen wir mal ein bisschen, na, so stärker, dass man was sieht. So, das sind die Einstellungsknöpfe, die es hat. Zum Beispiel jetzt noch ein kaltes Licht, wenn man Technik vorstellt, finde ich das auch immer ganz angenehm. Das muss gar nicht so ein warmes Licht dann immer sein. Ja, das sind die Raleno-LED-Panels. Die gefallen mir sehr gut. Und für 140 Euro, was man dafür bessere Bilder dann kriegt. Und man hat halt auch einfach mehr Platz. Das Problem bei diesem kleinen Ding ist halt, das muss einfach direkter vorstellen. Können wir mal ausprobieren. Damit ist man so ein bisschen eingeschränkt in der Platzwahl. Also ich mache mal nur das an. Zack, einmal an. Alles andere mal weggedimmt. Wenn ich das jetzt entferne, ich bin jetzt auf der Höhe der Kamera ungefähr. Mir wird schon so langsam schlechter. Jetzt gehe ich mal zurück. Also man muss mit dem Ding halt einfach durch die geringere Lichtausbeute ziemlich nah am Objekt sein. Und hat halt auch nur eine Lichtquelle. Und das führt dann immer zu solchen Schlaglichtern hier. Kann man ein bisschen verhindern, indem man zum Beispiel diesen Tripod nimmt. Würde das dann ein bisschen höher stellen. Und dann sieht das auch schon okay aus. Also ich denke mal, kann man jetzt auch mit leben. Neu Trick kann man jetzt auch erkennen hier. Aber man ist einfach bequemer, flexibler. Sieht auch professioneller aus, finde ich. Ich meine, am Ende müsst ihr es beurteilen. Ihr habt es jetzt im Video gesehen. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet. Aber ich mache das ja alles hier im Low Budget. Und von daher fand ich Rallino echt cool, die Teile. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich doch, eine Sache gibt es noch zu sagen. Dazu wechseln wir mal zur Tasche. Die Tasche ist relativ günstig gemacht, wie alles bei den Teilen. Aber was will ich halt auch bei dem Preis jetzt mehr erwarten. Das Coole ist aber, das Zubehör ist ja sowieso ganz gut bei den Teilen. Also man hat für jede Lampe ein Stativ dabei. Und man hat für jede Lampe ein Netzteil dabei. Und jetzt kann ich hier das nochmal rausholen. Also für die Stative gibt es halt auch noch so ein Teil, was man so kippen kann. Ist ganz nett. Aber das Schöne ist halt, man kriegt das super kompakt wieder eingepackt. Also das ist echt alles schön ausgespart und auch schön gut gepolstert, wie man hier sieht. Ich kann das also einfach jetzt hier reinlegen. Stative wären dann da drunter. Deckel drauf. Tasche zu. Fertig. Hat man mehr oder weniger so eine Art Sporttasche, die man mit sich rumschleppt. Super leicht. Da gibt es also nicht viel zu meckern an dem Teil. Wenn jetzt der Fokus auch wieder geht. Ja, genau. Also das ist die Tasche mit Ragegriffen. Ja, was soll ich noch sagen zu dem Set? Echt ein cooles Upgrade für meine Filme jetzt oder Videos fürs kleine Geld. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Abo wäre wie immer nett, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kommt jetzt der Abspann.